Seid gegrüßt, meine lieben Freunde. Ich hoffe, euch geht es gut. Ich hoffe, ihr habt den Tag gut überstanden und genießt jetzt den Nachmittag. Neben mir sitzt Delia, das ist meine andere Tochter. Und wir hatten heute einen ganzen Tag für uns alleine und wir haben heute einiges geschafft, oder? So, und ich würde sagen, wir hören mal heute zusammen mal Musik. Buba, kennst du ja schon. Wir haben im Auto Buba. Ja. Und wie heißt das Lied? Elefant haben wir einmal. Elefant. 92 Veron oder so haben wir und noch irgendein paar Lieder haben wir von ihm. Also ich finde Buba richtig geil. Wir haben den schon lange nicht mehr angehört und dann denke ich, würde ich sagen, wir hören es dir mal an und dann gucken wir, ob das gut war oder nicht. Können wir was dazu sagen? Wenn es gut ist, tanzen wir vielleicht dabei. Vielleicht. Makarie wieder. Der macht glaube ich... Ein geflagisches Fett. Ein geflagisches Fett. Das ist ein geflagisches Fett. Uh. Schön. Das ist ü沒有. Je l'avais validé, je l'avais validé, je l'avais validé Nos cœurs bat trop vite, on va se crasher Il faut réduire la vitesse Si je t'aimais c'est du passé A une sale femme j'dis I love you I love you, I love you, I love you Je me souviens, Mademoiselle t'as quoi de prévu Tant est fini comme banlieue sale Fruits défendus tu étais J'aurais pu me faire les champs par Accora Il faut réduire la vitesse Si je t'aimais c'est du passé Je vais m'consoler chez Versace A une sale femme frie I love you Je vais la compréhensionner me remercier Elle voulait une deuxième chance J'ai dû manger trop de dignité Petite de la pauvreté J'ai fouillé dans son iPhone Je n'aurais jamais dit J'ai fouillé dans son lien En petite tenue Des années Si j'te raconte tu vas pas fouiller Mais j'te dis rien tel que j'te connais Le coeur part trop vite on va se crasher Il faut réduire la vitesse J'ai merdé je l'avoue Sol et 13 comme au depot A une sale femme j'te dis I love you I love you Première fois que j't'aime M4 J'ai clair J'ai clair stopp hier es ist er fast wie ein spielfilm schon also weniger so clip also die musik war gut ich fand sie gut ich glaube wir müssen das mal fürs auto besorgen und dann ins auto rein stellen rein tun und dann einfach im auto mal die musik genießen die musik war echt super denn das ist wie ein spielfilm also was eigentlich von buber auch zu erwarten ist weil buber ist ein toller künstler macht tolle clips tolle musik am ende nicht am ende war es nicht so ja gut aber das ist ja halt ein videoclip die man der musik ist das wahrscheinlich nicht haben aber ich glaube hier ging es einfach nur darum dass die frau den mann betrogen hat und solche solche sachen gehe ich zumindest davon aus ist ein super clip buber ist ein toller mann macht tolle musik toller künstler danke fürs zuschauen wir sehen uns bis demnächst viel spaß viel glück ihr wisst schon wie das läuft tschau bis zum nächsten mal tschau